Valox hat ein neues Zu- und Abluftventil im Angebot, das ZAV-125. Es soll eine exakte Luftmengeneinstellung ermöglichen, und zwar durch das Drehen der Ventilblende in 90 Grad Schritten. Der integrierte Filter ist ohne Werkzeug austauschbar und der Ausströmungswinkel der Luft kann mittels Luftführungselement auf 180 oder 360 Grad eingestellt werden. Das ZAV-125 ist sowohl für den Decken- als auch für den Wandeinbau geeignet und besteht aus einem Ventilgehäuse mit Dichtung am Rohrstutzen und zwei Befestigungsbohrungen für die Decken- und Wandmontage. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020